Der Fußball ist ein so wunderbares, manchmal auch schweres Geschäft. Es packt Rudi schon mit 20. Als Youngster im Profikader bei Borussia Dortmund 1964. Mit 22 ist er schon ein Europapokalsieger. Ich denke, das weiß heute keiner, als ich damals da gespielt habe. Außer Dortmund war nur so ein kleines Licht. Er wechselt nach Bremen, zu Werder. Wird dort Spielführer. Ist mit den Großen der Liga auf Augenhöhe. Sechs Jahre lang, ehe er das Trikot eintauscht. Rudi wird 1976 jüngster Manager der Liga, ist erst 32. Er steigt mit Werder ab und wieder auf. Und weiß nun alles über das Geschäft. Alles das, was ich heute hier irgendwo darstelle, habe ich alles in Bremen gelernt. Wenn es um jetzt hieß, dann tut mir das wirklich leid. Ich habe den Eindruck, dass er mich jetzt nicht mehr erkennt. Er ist immer direkt in seine Worte und ehrlich in seine Worte. Und ich denke, dass das eine Qualität ist, die nicht jeder hat. Seine Lebensgeschichte aber wird Schalke. Mit allen Höhen und Tiefen bedient Rudi den Fußball-Boulevard. Entweder sagst du, du machst den Job, machst den richtig oder machst den überhaupt nicht, dann musst du es sein lassen. Erst sein zweites Schalke-Engagement ist wirklich erfolgreich. Ich versuche, das verspreche ich euch, die Dinge zu regeln, so zu regeln, dass keine Schlammschlachten entstehen. Trainer Hüb Stevens mit seinem Königstransfer. Das war der Ehrgeiz, den Leuten zu beweisen, dass es klappt mit Rudi Asser. Das war eine Triebfehler. Es funktioniert. Und wie. Der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger. 1997 macht er Schalke zu den Eurofighter. Und danach noch zweimal zum DFB-Pokalsieger. Die Meisterschaft aber bleibt ihm verwehrt 2001. In letzter Sekunde. Ab heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. Und trotzdem baute er einen Tempel. Die Arena auf Schalke. Supermoderne im alternden Revier. Rudi Asser und Tribüne, wenn er das noch hinten steigt. Ich denke, dass ich ein guter Verkäufer bin. Dass ich eine Ware, sprich die Ware schreibt mir, viel gut verkaufen konnte. Seit über 17 Jahren der Treffpunkt der Blau-Weißen. Wir alle wissen, ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Mach's gut, Rudi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017